Hallo, hier sind wieder Martin und Ann-Sophie, Pfarrer aus Offenhausen. Wir haben ja Passionszeit und morgen feiern wir mit euch wieder unseren Sofa-Gottesdienst. Der ist schon fertig, er ist sogar schon hochgeladen. Sehen könnt ihr ihn erst morgen früh ab kurz nach neun auf unserer Homepage. www.offenhausen-evangelisch.de Da singen wir ein Lied. Das heißt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und das wollen wir heute Abend mit euch singen. Ich verliere gar nicht weiter große Worte. Lassen wir den Text und das Lied für sich sprechen. Es steht im evangelischen Gesangbuch aus Kursen-Weideck, die Nummer 545 und natürlich den Text, wie immer hier bei diesem Video. Wir gehen hinauf nach Jerusalem in neuen der Liebezeiten. Und sehen, wie einer für alle stirbt, um uns einen Platz zu bereiten. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Er will bei dem Ehren bleiben und kosten von einem so bitteren Kirch. Die Angst soll uns nicht von ihm treiben. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Jerusalem, das Opfer der Welt zu sehen. zu spüren, wie unsere Not vergeht und unter dem Kreize zu stehen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, zur Städte der ewigen Klarheit. O Leiden und Ohnhaft in unserer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit. Seid gesegnet und behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie Hoffner, Pfarrer in Offenhausen.